Hallo und willkommen zur nächsten Partierunde in der Gruppe E, Schweiz gegen Ecuador. Genau, ich bin Schweiz. Ich bin Ecuador. Ecuador mit Valencia hast du. Also dieser Spieltag hier, der Sonntag, der ist richtig interessant. Zuerst haben wir Schweiz gegen Ecuador. Danach wäre das Spiel Frankreich gegen Honduras. Dann England gegen Italien. Und danach Elfenbeinküste gegen Japan. Aber England und Italien sind schon wieder am nächsten Spieltag. Wir sind am 16. Echt? Also wir sind 15.6. 16.6. England-Italien um 0 Uhr. Die spielen gleichzeitig. Aber gegen den Bossen nennen wir den Herzen-Kurse nach. Die spielen gleichzeitig mit Italien-England. Hey, dann ist mein Plan falsch. Oder meiner. Ja gut, ist ja egal. Wir sind jetzt hier bei Schweiz gegen Ecuador. Nochmal kurz ein Gruppenfoto. Fabian hat keinen Alaba dabei. Was wir nicht verstehen können. Ist der wirklich Schweizer Jan, ne? Oder ist der Österreicher? Ja, weiter mal. Der ist Österreicher. Das. Sirkiri hast du aber. Ja. Sie ist, sie ist der Reicher? In der 4-2-3-1-Formation. Das ist Sommer im Tor. Nee, Sommer. Doch. Doch, ja. Und du hast Valencia und, äh, Prochars kenne ich noch, Montero ist noch relativ gut. Die, ich hab drei Stürmer in der, äh, Ausweichsbahn. Sie haben alle über 88 Tempo. Das ist echt krass. Gut, Ecuador macht den Anstoß. Wie gesagt, ich bin Ecuador. Fabian durfte sich auch suchen dieses Mal, wen er nimmt. Und der hat sich dann für die Schweiz entschieden. Für die Switzerland. Für die Switzerland. Valencia um. Bonnetta jetzt. Was? Was? Hä? Was hab ich getan? Was? Du hast ihn nicht berührt. Nee. Wow, der kommt gut. Wow, Sommer. Der neue Torhüter von Gladbach. Weil Testegen geht ja nach Barcelona. Oder ist jetzt weg schon. Die Saison ist ja schon vorbei. Ja. Ui. Mimedi auf Shaqiri. Mimedi, Shaqiri. Oh, schöner Pass. Shaqiri jetzt. Boah, schlecht. Wunderschön. Na, was denn jetzt? Wunderschön oder schlechter? Wunderschön, abgewählt. So. Häls, ja. Oh. No, boah. Absatz. Tua. Nein, kein Tor. War absatz, hier läuft die ganze Zeit vor dem Heer. Geil. Stocker. Shaqiri. Boah, Mimedi kommt da dran. Banetta. Starker Pass. Flanke. Wunderschön Flanke. Boah. Nein. Und weg damit. Valencia. Kommt dann schon. Aber das Geile ist, wenn der, 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 der Sting ist ja jetzt bei Barcelona. Das heißt, man kann ab nächstem FIFA 15 mal wieder, endlich mal wieder Barcelona nehmen. Shaqiri zeigt da, was er kann. Und schießt. Alter, ich glaube, der war abgefälscht. Der war abgefälscht und dann einen Pfosten. Alter Vater. Jetzt hat Shaqiri mal gezeigt, was er kann. Nicht ohne Grund will der mehr Spielpraxis bei Bayern. Wird er aber nicht kriegen. Deswegen denke ich, der wird wechseln. Ja, bis sein Vertragausläuf, ne? Ja, ich denke auf jeden Fall nicht, dass er länger bei Bayern bleibt. Ich glaube, wenn der ein Angebot kriegt von einem großen Verein, ist er weg. Weißen, wenn man bei Bayern war, das wüsste ich persönlich nicht. Wer denn? Mats Hummels war mal bei Bayern. Ja, natürlich, der kommt aus der Jugend von Bayern. Genauso wie Götze. Götze ist ja auch Jugend von Bayern. Die sind ja beide an Dortmund verkauft worden. Und da mal. Winter, Herbst, Frühling. Ich habe nämlich bei mir zu Hause so ein Jahrbuch gefunden von Bayern, 2007, 2008. Und da ist noch Pizarro, Klose, Podolski, Mimitscholl und die ganzen, ganzen anderen alten Bayern-Spieler. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache, wie ich spiele jetzt hier die WM. Ja gut, war wenigstens mal was zu labern. Jetzt, Rochas, Rochas Sommer. Jetzt wird er erstmal plattgetreten. War ein schöner Schuss hier. Platsch. 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 So, mal im schwarzen Trikot. Ist das nicht ein bisschen heiß in Brasilien? Inla. Mimedi. Stocker. Stocker. Ich hätte es ja geiler gefunden, wenn sie die WM auch für PC rausgebringen. Aber dann nur für PS3 und Xbox 360. Und dann auch noch für 70 Euro. Das Spiel kostet 70 Euro. Jakiri. Wow. Ach du Scheiße. Jakiri mit dem 1 zu 0 für Switzerland. Traumhaft gespielt. Abwehrspieler ging da irgendwie weg, keine Ahnung. Aber schönes Doppelpass-Spiel. Mit dem Stürm und Medi. Die aber schöne Vorher-Einzelleistung von Jakiri. Jakiri echt ein guter Mann. Jetzt aber jetzt Ecuador in La. Schön. Chiru. Stocker. Mimedi. Jakiri muss ich aufpassen. Jakiri ist da wieder. Boah, Mimedi verliert aber den Ball. Boah, stärker. Starke Grätsche. Und pass. Jakiri und da ist... Boah. Mimedi. Boah, du Mingus. Wunderschöne. In La. Boah. Oh mein Gott. Alter, was war das? Was war das? Was war das für eine Granat? Alter. Wir sind gerade fast die Augen draus. Ich krieg mich nicht nur ein und scheiß. Woll, ich hab nur gesehen, wie der Torwart da geflogen ist und dann dachte ich, okay, entweder drin, knapp vorbei oder wie der Handel vor an die Lappe. Boah. Was für eine Granate, aber stark gehalten Feuer von deinem Tauwart. Definitiv, also bester Distanzschuss bis jetzt. Lichtsteiner. Jakiri. Boah, Dominguez. Alter, ich krieg mich auf den Sack von Shakiri. Alter, ist der krass, der Tauwart. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Freistoß. Nein, aber für dich. Alter, was war das für ein Ding? Du sollst erstmal Ruhe reinbringen. Nein, Alter. Wer hat denn geschossen? Ich weiß nicht, ich glaub schon, ja. Nein, nein, nein. Ja, Ruhe, ja. Der ist schnell genug. Banetta. Oh, Chaka vertribbelt sich da. Uh, nein. Ruchas. Ja, Sommer. Wow. Super gehalten. Alter Vater. Aber wie deine abgeht. Guck dir das mal an. Jetzt Sommer. Rums. Weg. Super gehalten. Schöne Ecke. Hoff ich mal. Jawohl. Sommerverschätzt ist da. Gua. 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 Perfekt. 1 zu 1. Alter Vater. Ich bin auch noch geflasht von deinem Schuss. Den muss ich mir gerade auf die Vorhinein gucken. Rums war da weg. Okay, jetzt wieder. Banetta. Inla. Na, verpasst den Ball. Oh, jetzt. Kann man. Irgendwer nein. Die Ständer hat. Macht das gut. Lichtsteiner setzt sich da sehr gut durch. Und Shaqiri wieder. Shaqiri macht das gut. Macht das sehr gut in seinem ersten Spiel. Oh, Shaqiri jetzt. Shaqiri. Shaqiri. Auf 1 Meter. Hallo. 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 Das war eine Schweibe. Hallo. Nichts. Das war nichts. Shaqiri hat schon wieder Tomaten auf den Augen. Weg. Mimidi kommt da nicht dran. Baby Jeff. Baby Jeff. Valencia. Der kommt gut, aber gut geklärt. Inla jetzt. Inla. Inla. Mimidi. Mimidi auf der Flucht. Mimidi kann den Ball nicht kontrollieren. Gua Gua. Das guckt. Und Kontermöglichkeit für Kolumbien. Ich gebe wen spiel ich da nicht. Ecuador spiel ich. Kolumbien, Ecuador. Die ganzen Schwarzen, die sind alle gedopt. Obwohl, die sind nicht alle schwarz hier bei mir. Aber der Großteil. Oh, jetzt. Shaqiri. Mimidi. Ah, nee. Jetzt muss er den ersten Scheiß einnehmen. Nichts, Steiner. Macht auch ein wunderschönes Spiel. Alter. Stocker. Boah. Boah, Schweiz ist richtig stark. Ohne Witz. Wenn die auch so in echt so stark sind. Halleluja. Dann ist das echt ein guter Gegner für Italien und England. Ohne Witz. Baby Jeff jetzt. Über links. Mit der Flanke. Und der ist gut, aber geklärt. Nee, die haben ja gar nicht Dings als Gegner. Das ist ja eine andere Gruppe. Ja. Shaqiri. Schöner Pass. Auf Stocker. Der Torwart ist raus. Dummengis. Jerome hat dem Schuss. So je, Mini. War das ein Schuss? Ja. Ich habe gedacht, der Torwart ist nicht. Und jetzt Halbzeit. Oder? Ah, dein Torwart ist echt gut. Halleluja. Nee, das ist ja hier gerade Schweiz gegen Ecuador. Frankreich und Honduras. Stimmt, Frankreich. In der Europä. Also, Schweiz ist sehr stark. Sehr, sehr stark. Also Ecuador ist auch nicht schwach. Hier, Shaqiri. Mit dem Lupfer. Schön. Das war ein Wunderschön. Lass mal laufen. Ich will mal gucken, ob der Schuss nochmal kommt. Der müsste eigentlich kommen. Das ist das Highlight. Nee, jetzt kommt der erstmal nach der Ecke. Der hätte auch nicht drin sein müssen. Nee, kommt nicht. Nicht mehr. Was ist das denn? Das ist ja lächerlich. Rums, Alter. Boah, war der Hammer. Beziehungsweise kann man das auf Band. Stocker. Ah, verliert den Ball. Baby Jeff. Baby Jeff! So. Schön, Inla. Stocker. Oh, keiner kommt an den Ball. Inla. Da ist keiner. Keiner. Inla. Nein, niemand. Niemand kommt an den Ball. Nein. Ruchas. Abseits. Der war sogar daneben. Giroud jetzt weg. Na, was macht der denn da? Nein, 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 Valencia. Uh, der andere Valencia. Wie viele Valencia hast du denn? Sind zwei Stück. Stocker. Banetta, schön. Banetta, Mimedi. Mimedi auf Shakiri. Der lässt sich abdrängen. Von Baby Jeff. Und wächst der Ball. Giroud, Inla. Oh, nein. Valencia wieder. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, Ruchas. Nein. Rodriguez. Stocker. Inla. Mimedi. Banetta, schöner Pass auf Shakiri. Wow, Baby Jeff. Baby Jeff. Nein, es geht ja nicht da drauf. Banetta! Boah. Dominguez, starker Parade. Aber schöner Schuss. Ecke in der 54. Minute auf Banetta. Banetta. Na, der war nicht so gut. Na. Das war nicht gut. Ne. Ecuador ist ein bisschen am Wanken. Müssen sich immer vor Augen halten. Es steht 1 zu 1. Das ist alles offen. Chaka. Shaqiri. Chaka. Und Flanker. Da steht nur jemand. Rojas. Ah, ne. Ein abwärtspiläster. Rodriguez. Schade. Inla. Banetta. Der kommt nicht durch. Valencia jetzt. Banetta. Inla. Oh, Stocker auf Shakiri. Shakiri kann ihn aber nicht kontrollieren. Erzo. Montero. Baby Jeff. Baby Jeff. Ich steine. Schön. Cher. Chaka. Mach das gut. Chaka. Shakiri, ne. So wird das nix. So wird das nix. Noboa. Noboa. Kommt die Flanke. Nein, kommt sie nicht. Eiße. Stocker. Chaka. Schöner. Shakiri. Mehdi. Gut gepasst. Aber Shakiri holt ihn wieder. Baby Jeff von hinten. Ach. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Das war von hinten attackiert. Das war falsch. Ja, doch. Das war falsch. So, jetzt Lichtsteiner. Shakiri. Ah, Ezau weiß genau, was Shakiri vorhat. Nein. Dominguez. Schöner Pass. Schön geklärt. Nicht Steiner. Shakiri. Kiri. Shakiri ist echt der beste Mann hier bei Schweiz. Zu zweit. Die meisten Punkte. Hat 80. Der nur 80. Oha. Oha. Rojas. Valencia. Valencia. Weg damit. Nicht Steiner. Ich will gar nicht wechseln. Ich will gar nicht wechseln. Ganz ehrlich. Rodriguez. Inla. Stocker. Schön. Stocker. Langer Pass auf Mimedi. Der kommt aber nicht dran. Inla. Oben ist alles frei. Shakiri. Shakiri. Oh. Den hätte er auch mal machen können. War schwer direkt zu nehmen. Nein. Oh scheiße. Drück mal bitte weg. Und drück nochmal Start. Jetzt. Weil ich weggedrückt hab. nochmal Start. Vielen Dank. Achso. Jetzt. Stocker geht runter. Perami kommt drauf. Der tauscht mit Chaka. Mimedi geht runter. Da kommt Trmitsch. Von Bergen. Neuer Innenverteidiger. Und weiter geht's. Fertisch. 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 Ich bin fettisch. Fertisch heißt und fettisch. Fertisch. Montero tust du runter. Der hat nix gebracht, ne? Ne. Haupt nix. Oh. Baneta. Baneta schön. Inla macht den gleichen nochmal. Und verliert den Ball. Rodriguez. Castillo. Castillo hat den Ball. Schön. Rojas. Schön geklärt. Erstmal lichtsteiner. Sicher nach hinten. Sommer. Inla. Baneta. Trimmitsch. Shaqiri läuft oben. Kriegt den auch noch. Die Abwehr hat sich jetzt gut eingestellt auf den kleinen flinken Shaqiri. Aber jetzt. Shaqiri. 76. Minute haben wir schon. Oh nein. Da ist der Ball weg. Nein. 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 Castillo. Was macht er da? Er täuscht an. Und dann macht er Scheiß. Vor allem ich hab nur X. zuhört, ne? Der war sich unsicher, ob er jetzt schießen soll. Mann, wenn ich drücke X, dann musst du schießen. Jetzt. Oh. 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 Schön. Baneta kämpft da gut. Inla kommt da nicht dran. Inla, nein. Ibarra. Rojas. Sag mal, warum kommt der raus? 1, nee, 2, 1, ne? 2, 1 für Ecuador. 2, 1. Minute. Stellung ist ja okay. Ja, da kann er nicht viel machen. Ja, da kann er nichts machen. Am Ende schwächelt jetzt ein bisschen Schweiz. Kommt da noch mal was? Shaqiri jetzt oben auf Lichtsteiner. Shaqiri, Shaqiri nochmal. Shaqiri Flanker, Lichtsteiner. Und... Wie kommt Gourmetsch? Frisch eingewechselte Stürmer in der 2.8. Minute. Schießers 2 zu 2. Das ist toll, wenn ich rauszuholen muss. Ja, ich weiß nicht. Aber Schweiz will diese Punkte nicht liegen lassen. Schweiz will auf jeden Fall einen Punkt mindestens mitnehmen. Ist aber auch völlig verdient. Wer... Oh, jetzt von Bergen. Shaqiri. Trimmetsch, der ist gut. Come on. Kriegt er nicht. Inla. Shaqiri. Inla, Schuss. Okay. Okay. 15 Minuten. Trimmetsch. Loll. Hält den Ball gut. Nein, wohin? Wohin? Nein, nein, nein. Von Bergen. Tu was. Tu was. Tu was. Sommer. Sommer. Glanztat. Mit den Beinen hält er das Tor fest. Äh, nee. Hält er den Ball fest. So rum. Er hält das Tor fest. Boah. Klasse Parade. Ja, wunderbar. Jetzt. Schöne Flanke. Warte, Ecke ist auch das 1-0 passiert. Ne, das 1-1. Oh, Sommer. WTF. Niedersommer. Starke Parade. Was denn jetzt pfeift der ab? Ja, weil der da hinten berührt hat. Starke Parade, Sommer. Xhaka, kommt da nicht dran. Jetzt Pass. Cha. Baneta. Dimmel, schlechte Ball liegen. Ich bin gar nicht. Super. Nein. Nein. Xhaka. Nein, nein. Eckeador will das nicht verlieren. Sie brauchen den Punkt. Schöner Pass. Drimic. Xhaka, abseits. Der Kladbacher. Oh, der kommt nochmal gut. Schöner Pass. Birami. Nein. Und Abpfiff, komm. Ja, und Abpfiff. Drimic, abseits. Xhaka. Oh. Wieder unentschieden. Also, wir spielen fast nur unentschieden. Alter Vater, ja. Keine Mannschaft will hier verlieren. Weißt du? Schweiz gegen Ecuador war das jetzt, ne? Ja, ja. Eins, zwei zu zwei. 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 Abwarten haben wir. Wahnsinn spielen. Wahnsinn spielen. Ein extrem heftiger Schuss. Von Inla. Alter Vater. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Genau, nächstes Spiel, freut euch schon mal, ist Frankreich gegen Honduras. Mal gucken kurz. Naja, das war nochmal Shakiri. Jetzt kommt ein anderes. Ne, ich glaube, jetzt zeigt nur die vier Tore, ne? Zeigt nur die Tore, ja. Mal kurz gucken. Jetzt kommt nochmal das Tor. Meins, okay. Ne, ich zeig nur die Tore. Alles klar. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Tschüss. 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 Tschüss.